Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Minecraft. Ihr seht hier ein bisschen anders aus von wegen Grafik und so. Ich habe ein neues Texturenpack drin und oben rechts keine Minimap. Das hat ganz einfach den Grund, weil 1.2.4 draussen ist und ich dachte, komm mach das Update und jetzt habe ich weder einen Optifine noch einen Raze Minimap-Mod oder sonst noch einen Quark. Auch kein Timber-Mod. Nein, ist auch nicht drauf. Das ist schade, jetzt muss ich doppelt so viel arbeiten. Naja, egal. So, und ich bin auf einen Symmetrie-Fehler hingewiesen worden. Aber ich finde jetzt hier nichts. 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 Irgendwo, also Huli Muli, wenn der Fehler das nächste Mal nur mal siehst, sagst du mir genau wo bitte. Oder ja, egal. Ich finde jetzt gerade keinen. So, was wollte ich mit dem Raum machen? Ich habe noch so viel Holz und etwas Samen. Und ja, äh... Was ich vielleicht auch noch machen müsste, wäre... Wäre... Ähm... Wäre, was müsste ich noch machen? Ähm... Ja, in die Hölle. Ich würde mal gerne in die Hölle gehen. So, voll in die Hölle. Fahr zur Hölle, du! Und dann, ja... Darum brauchen wir dann Obsidian. Also, wenn wir mal schauen, ob wir uns in der Hölle irgendwo Obsidian finden. Nehmen wir mal Spitzhack, Hackenspitze. Die Steiche eben lasse ich da. So, so, so. So. Komm mal da hin, so. Jetzt haben wir ein bisschen Ordnung gemacht. So. Schön. Beautiful. Oh, Entschuldigung. So. Und ja. Ich habe jetzt zwei Musik und so. Ist voll laut, so. Weg Musik. Geräusche schon ein bisschen runter, so. So. Ja, ist gut. Schwierig, jetzt gerade normal. Maus empfitteln. Maus umkehren. Aus. On. Wäre sicher so. Ja, das ist aber Bullshit. Das will ich nicht. So. So. Gut. Fertige. So. Ah ja, genau das wollte ich auch noch machen. Und zwar ohne irgendwelche Abstimmung mache ich das so. Haha. 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 Oh mein Gott, bin ich böse. Muhahaha. 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 So. Schaber, neuer Schlafplatz. Voll krass. Schaber, ist es mir zu freisen im Bauch. So. So. Danke, dass wir striken. Steig. Steig gewesen da. Ja, fehl. So. So. Gehen wir mal runter in der Heule. Da ist fleissig am Wachsen so ein bisschen. Yeah, fleissig. So. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in der Heule. Schalalala. Schalalala. Und Schwertzücken. Man weiss ja nie wo es kommt. Jetzt hat die Monster eine bessere... Ah! Nehmen wir mal Workbench mit und ein Schwert machen. So, weg! Weg! So! Das kommt auch noch weg. So! Neue Schwert! So! Und das kommt wieder mit. So! Mal abwärts. Da ist Lava. Aber wir brauchen Obsidian, keine Lava. Das ist eine Lava-Veröpfung, die so Töne macht. So, kaputt. Ich habe Kohle. Kohle mitnehmen, so. Kohle kann man immer brauchen. Ja, ich höre auf mit dem Scheiss. Entschuldigung. Ja, ihr braucht Kohle ab. Ich weiss nicht was ihr macht. Ich hoffe ihr habt es gut. Und ja. Da. Nächste. Nächste ohne. So. So. Da ist wieder ein bisschen Erde. So. 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 Rein theoretisch müsste ich... Boah, nein. Das ist zu laut. Wo ist es los? Ist es los da? So. Das ist verdammte Musik. Hast du mir da nicht Aufnahmen versauen, Mann? Ist es nicht gut? Nö, oder nicht? Hey! Entschuldigung. Habe dich letztlich kaputt machen wollen, es tut mir ja leid. Arrrr Kriegst du wieder über? Daru. Mää minha... Ja, ey, ist gut. Boah... Mää... Möökh mich nicht an, du! Schmöke ich zurück! Ah ja. Genau, jetzt weisst du schon wieder wo ich bin. Äh ja. Ja Spine. Spine. Eine Beine. Kleine Beine. Glitzerkleine Batsi Bitsi. Spine. Ha ha ha. Ja. Danke, mein innerer Genie zeigt sich wieder. Ja, gib ruhig. Habt ihr gesehen, wie die Anstände folgen? Das ist doch schön. Oh, Wasser. Oh, Wasser. Oh, Wasser. Ey. Ich bin vorparanoid. Ich habe das Gefühl, in jeder Ecke kommt irgendwas zu spüren. Schwer zu zücken. Boah. Hallo? 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 Hallo, Freunde? Ich fühle mich so umzingelt. Bauch. Stirb, stirb. Oh, Schwertputt. Ja, Musik. Loo. Bisslislig. Bicceli gold. Hm. Ja. Lecker. Okay, da ist jetzt nicht so atemberaubend, da haben sie einfach eine Ego-Party gefeiert. Boah, Musik! Geh weg, so. Hast du gesehen, ihr folgt auch anständig. Lalalala, 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 lalalala. Lala? Lalalala? Boah, ist halt nicht wieder mal. Ist nichts zu wissen. Wohin ist, muss Thun sein haben. Habe ich das Skelett gehört, da rumgenäbsen? Boah. Irgendwo schwadern jetzt rum. Hör auf, schwadern! Oh. Okay, jetzt haben wir einen Problem. Ja. Nichts klar. Huh? Negativ. Nein, 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 nein. Nein! Ei! 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 Lass mich in Frieden! Oh. Heilige Scheiße. Woh?! Gebeck. Wouh- huhu-huhu! Ne, nein! Huoh! Oh, Alter. Hörer, sieh ich. Hä? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, gut. So. Futsch. So. So. Weg. Wasser weg, so. So. Sonst wäre das Muss, Kunde. So, da war es der Weg. Ja. Ähm. Sagt nichts. Ja. Sonst, sonst, ja, sonst, 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 sonst gehe ich in mein Säckchen und gehe auf die Höhle. Ähm. Mh. Mh. Ah. Ja. Bin mitleidenswert, ja. Ha. Rundgang, haha. Lol. Lol. Boah, schon nächster Fleisch. Ist aber nicht gut. Da muss ich wieder raus, wenn ich wüsste, wo durch ist. Hier oben nicht. Dann gehe ich hier durch. Achmed. 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 Wah. Mist, keine Ahnung von dir. Ich bring dich um. Ha. Ah. Jetzt da rauf, äh. Jetzt glaube ich hier rechts. Hier habe ich auch noch irgendetwas gewastelt. Jetzt bin ich wieder hier. Höh. Lol. Au. Wie mache ich das? Hallo? Ah, geil. Jetzt weiss ich nicht mal, wohin. Oh. Scheisse. Gackenverdammte Scheisse, so. Verdammt. Aha. Ja, ähm. Ja. Framerate, so. Ja, da bin ich auch wieder falsch. Äh, he, he, he. Nichts, nein. Nichts. Nichts. Ihr seht überhaupt nichts. Ich kenne mich in meinen Höhlen natürlich super gut aus, also das ist keine Frage. Ähm, so gut sogar, dass ich mich in meinen Höhlen verlaufen tue. Ähm, so gut sogar, dass ich mich in meinen Höhlen verlaufen tue. Hallo? Hallo? Oh, da geht's runter. Oh, da geht's runter. Nichts. Hallo? Juhu! Fail. Dafür geht es im Kreis rum. Hä? Nein, ja. Hurra, kacka, so. Ah, da. Schalalalalalalalalala. So. Ja, und ich weiss, ich tue Kohle übersäen. Kohle übersäen. Das ist nur ganz so. Ich kobe ich so baueis schnell ab. Aha. Ah, ja. Hier sind wir vorne durchgekommen. Ah. Da rauf. Ja, da rauf. Ja, hast du alles gefunden, so. Ganz alleine, so. Oh. Wow. Oh. Boah, fege. Aha. Äh, ja. So. Where the fuck are we? Lol, was ist los? Spitz, warte? Weg. Geh weg. Weg. Geh weg. Und das ohne Minimap. Geil. Ja. Und das ohne Minimap. Ja. ja da seht ihr mal wie vorbildlich ich mich ähm vorbereitet habe Ah, vielleicht doch besser als das ich gelegt habe Oua! Ich hab mein Haus gefunden! Ja! Kuh! Ja, warum dann ist? Ich hab aber doch nichts getan. Aha! Das Bett ist zu nahe an der Wand!